Jens Lehmann, 53, findet sich erneut im Zentrum der Aufmerksamkeit wieder, allerdings diesmal nicht aufgrund seiner einstigen Fußballkarriere, sondern wegen schwerwiegender Vorwürfe, die eine Anklage in mehreren Fällen nach sich ziehen könnten. Es ist ein bemerkenswerter Wendepunkt im Leben des ehemaligen Nationaltourvards. Jens Lehmann, der während seiner aktiven Karriere in der Premier League, der Bundesliga und als deutscher Nationalspieler Millionen verdiente und als Held des Sommermärchens 2006 gefeiert wurde, wird nun mit möglichen Gesetzesverstößen konfrontiert. Die Tatsache, dass er einst eine prominente Persönlichkeit war, schützt ihn nicht vor der Justiz, und es scheint, als habe der exzentrische Lehmann wiederholt das Gesetz gebrochen. Der Anklageentwurf der Staatsanwaltschaft München II listet eine Reihe von Vorwürfen gegen den ehemaligen Nationaltorhüter auf, die teilweise kurios anmuten. Dies berichtet die Bild unter Berufung auf Justizkreise. Der Vorfall, bei dem Lehmann mit einer Kettensäge auf die Garage seines Nachbarn am Starnberger See losging und Sachbeschädigung begangen hat, stellt nur die Spitze des Eisbergs dar. Auch den Vorwurf der Beamtenbeleidigung, der im Zusammenhang mit einem Führerscheinverbot steht, sowie den Vorwurf des zweifachen Betrugs in einem Münchner Parkhaus. Was fast an Kleinkriminalität erinnert. Was genau ist passiert? Lehmann wird vorgeworfen, am Münchner Flughafen Schwarzparken betrieben zu haben. Im Januar 2021 und im September 2022 soll der ehemalige Torwart seine Porsche im Parkhaus B20 abgestellt haben, ohne das Parkticket zu bezahlen, obwohl eine Schranke den Ausgang versperrte. Wie konnte er das geschafft haben? Angeblich zeigen Videoaufnahmen, wie Lehmann sich geschickt an das Auto des Vordermanns heftete und so den Augenblick der geöffneten Schranke ausnutzte. Eine clevere Taktik, zweifellos, aber dennoch rechtswidrig. Der finanzielle Schaden beträgt 159 Euro für das unbezahlte Parkticket und 32 Euro Aufladegebühr für seinen Hybrid Porsche aus dem Jahr 2021. Ein Jahr später wurden sogar 96 Euro für das Parken fällig. Noch dreister wird es, wenn man bedenkt, dass Lehmann offenbar keinerlei Reaktion auf eine Zahlungsaufforderung per E-Mail durch den Flughafen gezeigt hat. Dabei ist die geforderte Summe im Vergleich zu den Millionen. Die der 61-malige Nationalspieler in seiner Zeit bei Arsenal, Dortmund oder Stuttgart verdiente, geradezu lächerlich. Während Lehmanns Anwalt bisher zu den heiklen Vorwürfen geschwiegen hat, muss das Amtsgericht Starnberg noch entscheiden, ob die Anklagepunkte ausreichen, um eine Verhandlung zu eröffnen. Es sei daran erinnert, dass Lehmann bereits in der Vergangenheit vorbestraft ist und in den Jahren 2016 und 2017 wegen verschiedener Vergehen, darunter Steuerhinterziehung, saftige Geldstrafen verhängt bekam. Untertitelung des ZDF für funk, 2017